ja hallo taschenlampenfreundin herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen sunai taschenlampen video heute haben wir hier die t01 auf dem tisch und das ist aus dieser sehr beliebten kleinen triple a lampen serie die haben nämlich ein wahnsinns vorteil aufgrund ihrer geringen bohrgröße kann man die hervorragend an den schlüsselbund machen und die dort dauerhaft mit führen nur dann macht sie sinn wenn man so wirklich immer dabei hat und wenn man aus dem haus geht was man wirklich immer dabei hat ist der schlüsselbund darum ist es da wirklich sinnvoll so eine triple a an den schlüsselbund zu machen das ist jetzt die alte tis die meine frau jetzt lange am schlüsselbund hatte hätte so eine richtig schöne oberfläche bekommen an jeder erhöhung ist die beschichtung von aluminium runter man sieht jetzt so richtig cool aus alle kanten alle ecken silber der rest noch schwarz hat einen guten job erledigt die alte tis die gab es mal super günstig ich glaube zu den günstigsten zeiten hat es die bei amazon für ich glaube 695 oder sowas gegeben ich habe da noch ein paar besorgt für meinen bruder so als geschenk und sowas nur 695 hast du da echt nichts falsch gemacht sondern recht hochwertigen kleinen taschenlampe für triple a gut triple a hat halt immer so ein bisschen das problem es hat nicht so die brutal langen laufzeiten weil hier einfach nicht so viel power reinpasst in so ein kleines batteriechen die hatte damals noch eine orange peel reflektor und die kleine led drin funktioniert aber nach wie vor hervorragend werden wir demnächst auch mal wieder auf die reise schicken und jetzt hat maria ihren schlüsselbund abgegratet auf die t01 die hat nicht mehr das typische reflektorsystem sondern hat hier diese tier dieses tier linsensystem drin das eben so eine gleichmäßige schöne ausleuchtung machen soll und auch die hat nur eine triple a kommt da noch aber noch eine nummer schlanker wie die alte tis daher sehr kleiner dünn angepasster batteriekörper der kleine kopf und das wiegt alles nichts mehr also das lehrgewicht von dieser taschenlampe die ist nur paar gramm also nur ein einstelligen bereich eine alu ist ja nicht sonderlich schwer hier haben sie dann aber eine cream xp g2 verboten und die kitzeln jedoch tatsächlich 125 lumen aus wenn man noch im dunkel anschauen wie sich diese 125 lumen machen aber da wir hier keine schwächere stufe haben oder so das wäre nicht schlecht gewesen vielleicht noch eine 5 lumen stufe und 125 lumen da die nur mit 125 lumen läuft haben wir natürlich nur eine laufzeit von 40 minuten das ist also wirklich nur ein lämmchen am schlüsselbund um mal geschwind irgendwo ein schlüsselloch zu finden oder irgendwas wo runtergefallen ist die könnt ihr natürlich nicht verwenden wenn er auf eine nachtwanderung geht weil da ist nach einer dreiviertel stunde schicht im schacht mit dem kleinen lämmchen das sollte also wirklich nur kleine backup lampe sein wenn man mal kurz irgendwo lichtbruch das vielleicht nicht mit auf eine wanderung nehmen und daher nachts durch den wald noch zurück ins lager zu finden das wäre ein bisschen fahrlässig und dafür haben diese kleinen triple a lampen einfach zu kurz power es sei denn ihr steckt euch noch ein noch ein paar triple a lampen in die hosentasche damit ihr da dann auch wechseln können wir haben hier eine gesamtlänge von gerade mal 66 mm super schlank wie groß war die alte ein bisschen größer 7 73,6 die hatte hier fast so ein durchmesser permanente durchmesser hier über die ganze der ganzen lampenkörper 14,39 knapp 14 mm überall die hat hier so ein bisschen schlankeren körper bekommen 12,6 und ein kopf von 14,3 also super schlankes kleines teil und noch einen kleinen touch kürzer ein bisschen schlanker mehr power bekommen und preislich dafür noch nicht so teurer geworden die gibt es für 9,95 noch und ich sag mal für unter 10 euro gerade noch ist das ein ganz ordentliches lämmchen für den schlüsselbund ich denke halt nur dass die in ein bis zwei jahren die gleiche schwarz silberne patina bekommen hat am schlüsselbund aber egal es wird gezeigt dass sie nach wie vor funktionieren und schlüsselbund fliegt ja auch überall rum bei den frauen in den handtaschen klappert am autoschloss hin und her in den hosentaschen jackentaschen das ist eben das gute wenn sie eine ordentliche glasscheibe verwenden da ist nicht ein kratzer drin jetzt schon lämpchen mit kunststoff hier oben drin die sahen schon nach einer weile nicht mehr so gut aus und auch hier haben wir so ein linsensystem drin da glaube ich aber dass diese linsensysteme aus kunststoff gegossen werden da wird man mal sehen wie das lämpchen in ein bis zwei jahren aussieht ob es da kratzer drauf gibt oder ob das ähnlich hart ist der ist denn fähig an der stätte sogar noch ein bisschen besser wie hier der hatte hier nur eine sehr kleine fläche muss man also sehr genau hinstellen beziehungsweise irgendwo auf einem ganz leicht unebenen untergrund ist es schon nicht mehr gestanden haben wir ja natürlich ein bisschen mehr fläche zum hinstellen perfekte schlüssellampen diese triple a lampen ja t01 mit einer xp g2 125 lumen so dann schauen wir uns noch kurz an was in das lämpchen im dunkeln bringt wir fangen mal an mit der alten tis und dann sehen wir hier recht heller spot aber spill säuft ein bisschen ab jetzt machen wir mal die neue t01 dazu an t01 haben wir rechts und haben wir natürlich durch dieses linsenelement einen viel größeren gleichmäßigeren ausgeleuchteten bereich t01 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 tis ja das sieht schon sehr gut aus für so ein kleines triple a lämpchen haben wir da wirklich eine ordentliche ausleuchtung das sieht gut aus einfach in der bedienung kopf drehen fertig naja diese linsenelemente sind nicht schlecht für so ein ordentliches lichtbild ja dann sage ich schon mal danke für so ein einzig bewertet und kommentieren euch wünsche ich allzeit gut licht immer schön kleine taschenlampe am schlüsselbund dann kann euch im dunkeln nicht so schnell was passieren ok leute ciao bis zum nächsten mal euer hibeli jetzt geht's hier 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 hier